Im Winter gibt es eigentlich nichts besseres als eine Tasse heißer Schokolade mit Marshmallows. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben ist in der Infobox verlinkt oder ihr findet es direkt auf amerikanisch-kochen.de. Als erstes gebt ihr dazu Milch, Vanillezucker, ungesüßten Kakao, und gehackte Zartbitterschokolade in einen kleinen Topf. Unter Rühren sollte die Milch dann so lange erhitzt werden, bis die Schokolade geschmolzen ist. Passt dabei aber auf, dass die Milch nicht anfängt zu kochen. Dann ist die heiße Schokolade auch schon fast fertig. Wenn ihr mögt, könnt ihr noch Mini-Marshmallows und Schokosirup darüber geben. Einen Link zum Sirup findet ihr in der Infobox. Wir hoffen euch hat das Video gefallen und wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, findet ihr im Anschluss noch ein paar Vorschläge. Falls ihr genug vom amerikanischen Essen habt, geht es rechts oben zu unserem zweiten YouTube-Kanal Kochkino. Für alle, die mit mobilen Geräten zuschauen, stehen alle Links auch nochmal in der Infobox. über die Hälfte von Rundstum im Schuss 7.5 Uhr 7.5 Uhr 1.5 Uhr 9.5 Uhr 9.5 Uhr 8.5 Uhr 9.5 Uhr 9.5 Uhr 9.5 Uhr 10.5 Uhr 9 Uhr